Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt lange nichts mehr von uns gehört und wir dachten uns, wir melden uns mal bei euch. So, wie ihr seht, haben wir, jetzt gucken wir uns mal um, jetzt stehen wir in der Garage, ist unsere Garage leer, wir haben unser Wohnmobil verkauft, schweren Herzens, ist aber an zwei nette Menschen gegangen und wie ihr seht, kannst du mal zeigen, unser ganzes Inventar vom Wohnmobil, es steht hier unten, das ist unser Wohnmobil, das wir dann schnell ausbauen mussten und ausräumen mussten. Wir wurden auch schon öfters angeschrieben, wie es uns geht, da möchten wir uns ganz herzlich bedanken für die Nachfrage. Wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt, uns weiter abonniert und wir werden jetzt ab und an immer mal was von uns hören lassen. Wir sind jetzt allerdings auf der Suche nach einem neuen Wohnmobil, das ist etwas schwierig gestaltet. Das ist im Moment gar nicht so leicht, ja. Ja, also wir waren schon öfters suchen und wir haben bis jetzt noch nichts gefunden, nicht wirklich, aber sobald wir was finden, werden wir euch in Kenntnis setzen, und wir haben geplant im September auf jeden Fall nach Italien zu fahren, wenn es denn möglich ist, daraus gesetzt geht. Ja und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal schnell ein Video, um euch über alles zu informieren und es geht auf jeden Fall demnächst weiter hier im Kanal. Genau. Wenn wir ein neues Auto haben. Ja. Ja. Also bleibt uns treu, wir versuchen das nächste Mal nicht noch mal so lange auf uns warten zu lassen. Liked unser Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wie gesagt, wir versuchen bald noch mal ein neues Video zu veröffentlichen, noch mal was von uns hören zu lassen und... Nur im Moment ist es halt schlecht, wenn man nicht reisen kann, kann man euch nichts zeigen. Es gibt auch nicht wirklich was Interessantes zu berichten, das ist dann immer blöd. Nicht wirklich. Aber wir dachten, wir melden uns mal wieder, das war jetzt wirklich lange her gewesen, dass ihr uns gesehen habt, aber uns geht es gut, wir hoffen euch auch. Bleibt gesund, bleibt uns treu und wir sehen uns demnächst auf jeden Fall. Tschüss. Musik